Servus, grüß euch und herzlich willkommen zurück zu dem Let's Play The Binding of Isaac. Ich bin Elemental Force. Und wir machen weiter mit den Challenges. Isaac was good today. Was? Was was good today? Okay. Wir starten mit dem Halo und mit dem Holy Grail, glaube ich. Das heißt wir können fliegen. Kriegen dafür keine Atemräume. Und 2 HP Ups. Ist ganz schön. Ist nicht der schwerste. Ist nicht die schwerste Challenge hier. Was ist denn hier? Steinchen. Steinchen. Aber Spirit Hearts. So, was haben wir hier noch? Den Shop. Der nichts bringt. Na komm. Na komm. So. Die Scheiße hier wegmachen. So. Oh, ein Herz. Das nehme ich. Und... Spin. Hi. Herz. Und... Lust. Lust. Okay. Lust könnte den Poison Touch fangen lassen. Oder ne Pille. Ah, der ist der Poison Touch. Und... Bombe schlöst. Schön. Eigentlich. Eigentlich. Eigentlich schön. Geheimraum... Na ja, scheiß drauf. Den haben wir. Färmen. 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 Er taucht so oft, denn er zu zer darf. Das ist... Au. Guter Treffer. Willenfliege. Auffliegen zu spawnen. Ich mein' das nicht. Ähm... Ja, komm. So. Was ich noch will, wäre wahrscheinlich Spektraldrehen. Kann ich mich nämlich hinter den Steinchen hier verstecken. Aber erstmal bekommen wir hier den Cube of Meat. Und runter mit uns. Ähm... Auf. Die Bombe. 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 Hado. Da stehst du gut. 2. 2. Bomben. Fleischklumpen. So. Jetzt gleich ne Bombe hier. So. Passt. Zwei Spirit-Herzen für mich. Wenn ich noch einen Schlüssel finde. Hallo. Ähm... 3... 3 Münzen ist nicht viel. 3 Münzen ist nicht viel. Echt nicht viel. So. Warte geht's. Warte geht's. Was haben wir hier? Den Shop. Zwei Kisten. Psss. Psss. Au. Der Small Rock. Das ist schön. Mein Damage ab. Ähm. Ich mach eine Aufkommen. Zwei Bomben. Racer Spades. Nee. Nicht wirklich. Da ist noch ein. Eine Bombe. Ich werd da rein sehen. Gappi Spaw. Ich nehm's mal mit. Ich werd's noch nicht einsetzen. Noch nicht. Ich behalze mir mal. Vorüber gehen. Duke hier sollte nicht schwer sein. Genau deswegen. Geben ein Deal mit dem Teufel. Das mag. Damage ab. Ähm. Ich kann hier nichts mehr machen. Soll ich die Karte mitnehmen? Nee, nicht wirklich. Oh. Wow. Ja. XL-Flo. Ähm. Ja. Ein Schuss. Schön. Hoppa. Ähm. Wir sollten die Flamma schießen. Bombe. Mehr Bomben. Wir geben hier viele Bomben. Leaper. Ist ja in Ordnung. Ist ja in Ordnung. Ist ja in Ordnung. Ist ja in Ordnung. So. Eine Münze. Hi. Hier. Hier. Ich habe zu viel aushalten. Ah. Schlüssel. Nichts. Ich will eigentlich mal was versuchen. Komm. 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 Du willst es. Was? Ich habe es gar nicht. Nein. Oh. Fuh, 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 fuh. Fallen. Hi. Willst du auch was machen? Au. Ja, ja, ja. Chargen. Jetzt sind das zwei. Knöpchen. Ja, ja, ja. Du bist gleich tot, glaube ich. Au. Okay, könntest du bitte sterben? Danke. Hi, du. So. Komm. Ich will mich mal an dich hier. Ah, vorne ist gut. Pfff. Ha, ha, ha. Technology. Win, 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 win. Mach mir den zweiten Aufgang. Hi. Das ist nicht dein Tag heute. Echt nicht. Das ist echt nicht dein Tag heute. Nope. Nee. Tut mir leid, ich bin jetzt schon leicht. The Overpowered. Und noch ein Ding mit dem Teufel. Ich bin jetzt heute mit dem Reischwaffel. Okay. Äh, ein Moment. So. Da sind wir wieder. Musst du kurz mal los. So. Ja. Scheiß auf Gappi's Porn. Gappi's Porn. Oh. Ich nehm den Nagel. Ich bin... Jetzt... Leicht overpowered, glaub ich. Äh, kann nach dem Geheimraus suchen. Nein. Ah, da oben ja. Äh, ich will zuerst nach dem Geheimraus schauen. Der könnte theoretisch auch da oben sein. Hier. Nein. So, wir werden auf jeden Fall hier uns nach oben sehen. Das haben wir hier noch. Nagel. Das sollte theoretisch hier auch so 15 hier. Dafür liebe ich den Nagel. Ne, mach mal auf hier. Mach mal auf hier. Ah, interessant wäre noch. Was weiß ich. Irgendwas zum Aufladen. Ne Batterie oder so. Red Patch. Nech. Ist das so rum? Iiiiih, raus da. Ich mach mal auf hier. Hey, Greed. Skid up. Ja, 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 ja. Uh, Steam Sale. Schön. Steam Sale ist wirklich schön. Aber ich komm noch in zwei Shops rein. Bye. Ich find' eine Bombe. Na ja. Ich hab' die Bombe fliegen. Was haben wir hier? Äh, ich kann's... Ah, ich soll eigentlich nicht. Ich bin eh schon leicht. Äh, gib mir mal das hier. Ich bin eh schon... Passiert mir selten, dass ich schon in den Höhlen hier, äh, wirklich zu stark bin für so ziemlich alles. Was ist der Geheimrahmen? Den will ich schon. Den will ich schon. Wie schade, ehrlich gesagt. Scheiß auf die Arcade. Ich könnte theoretisch alles in die Luft jagen, was dann muss. Jetzt hab' ich eigentlich den Nagel nicht benutzt. Das ist da drin. Was ist der Weg? Na cool. Was ist denn hier? Wie geht's heute? Hallo. Oh komm schon, wirklich? Ah, hättest du mich noch hier suchen müssen. Hier, Feinde. Hi. So. Jetzt müssen wir euch hier kümmern. Ich hier. Und weg mit dir fliege. Oh, okay. Bomben. Also Bomben, da besteht wirklich kein Mangel. Hi Leute. Da haben wir ihn. Ich bin eine Slotmaschine. Weiß Slotmaschine. Noch eine Bombe, okay. In Ordnung. Uh, hi. Noch ein Spilltarts. Schlüsse. Ähm. 15 Cent. 16 Cent. Flash Clumpen. Pst. Noch ein Spilltarts. Noch ein Spilltarts. Ähm. The World. Wow. Ihr gebt mir wirklich alles irgendwie. Wie. Gerade. Ja, das ist ein bisschen schwer da rauszukommen. Äh. Ist schön eigentlich bis jetzt. Da war ne Bombe nicht. Ja. Ja. Ah, schauen wir noch hier nach. Hi Leute. Noch ne Bombe. Schön. Schön, schön, schön. Ähm. Spaß halber. Oder hier. Na dann. Egal. Will ich in den Stachelraum. Ähm. Ja, wieso eigentlich nicht. Irgend so was zum Beispiel. Na, macht nichts. Macht nicht viel. So, wir haben necropolis. Ihh. Naja, das kannst du ja mal knicken hier. Ihh. Au, wie hat er mich getroffen. Lüge. Ihh. Ihh. Ich mag euch nicht. Nicht sehr. Ob komm schon sch- Stirn. Okay. Andere sind. Okay. Pille. Kann nicht gut sein, oder? Pssst. Speed up. Okay. Ist in Ordnung. Ihh. Hi Leute. Hi Leute. Ich mag euch nicht. Ah, mach ich hier auf. Ja, den nehm ich. Ja, ich guck auch hier rein. Mir Pille. Und... Trollbombe. Ah, was haben wir hier? Sag mal, im Spiel hast du ein schlechtes Gewissen, oder was? Ich meine ja nur. Ah, schauen wir uns zuerst durch. Weiter. Weil ich eh so ziemlich alles hier zur Blicke. Oder will ich mir zuerst mal... Nee, ich schau mich zuerst fertig um. Ähm. Hi. Du siehst mich nicht von hier, hm? Schade für dich. Ah. Au, dummer. Dummer, schade. Ah, was haben wir hier? Mach mir auf. Au. Mitten rein. Gespawnt. Danke. Ganz toll. Ah, hier ist halt nicht wirklich in der Gefahr So, das war auch schön Wir müssen mal in den Shop Hi Flieger Ich hasse euch, Greed, Sack hier Das hat nämlich echt lästig So Hp ab, schön Nagel ist fertig Jetzt sollte ich eigentlich den ersten Boss gleich machen Ich bin unschlüssig Ja, mach mal den ersten Boss damit Ich hab gesehen, der Boss war hier irgendwo Hi Ich hab doch nichts dagegen, wenn ich hier mal so über den Abgrund hier einfach chille Und euch von der Ferne hier ein bisschen vernichte Wen haben wir? Oh, mein dritter Cube of Meat Den bösen, bösen War hier Mach mal Platz hier Ja, ja Oh ja, Trollbomben, richtig Du hast es ja mit den Trollbomben Ja, ja, ist in Ordnung Bye Hallo Meat Boy Hab ich vorher gesagt, dass ich den ersten Boss vernichten werde? Ja, ich war irgendwie immer noch auf dem Labyrinth Flur hier Flur hier Glaublich Oh, das könnte böse werden Hey Meat Boy hilft auch mit Glaublich Glaublich Kampas Oh, ich hab das Geld Ich hab das Geld eigentlich Was haben wir hier noch? Äh, Ihhh Wow Aufpassen Ja Meat Boy, frisst die Stacheln Ist in Ordnung Du bist eine sehr große Hilfe Eine unglaublich große Hilfe Gib mir das Geld So Eine wahnsinnig große Hilfe Was würde ich bloß ohne dich machen Meat Boy Ich bin so hilflos ohne dich Ich bin so hilflos ohne dich Ähm Nein Ah, könnte theoretisch auch hier unten sein Nein Ah, könnte theoretisch hier sein Oh, das ist Okay, I got it Flammen hier weg Ehh Oh Da ist noch ne Pille drin Oh, das ist okay Ehh 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 Man kann nicht alles haben Man kann nicht alles haben Oh, was haben wir hier? So Runter mit uns Ähh Erst zur Arcade Ich muss mich auf mein Herz runter hungern Nämlich Ehrlich gesagt erst zum Shop Ähh Was haben wir hier? Lovers Gib mir mal die Lovers Karte Ich sagte Gib mir mal Ich sagte Gib mir mal die Lovers Karte Danke Ähm Hi Du Du willst mir was Schönes geben Hab ich gehört Du willst mir was Schönes geben Du willst mir was Schönes geben Du willst mir was Schönes geben Das ist die Karte Ist in Ordnung Ähh Wo ist denn der Shop? Ah, da unten Okay Dann kann ich mich aber durchbomben Ich will zuerst zum Shop Weil Vielleicht ist im Shop ja der Non Das Non Gewand Dann kann ich mit der Blutbank Nämlich Spirit Herzen farmen Irgendwie krieg ich gleich mal ne Prombe hin Einfach weil ich kann Und das Spiel lagd Ja Müsste warte mal Einen Moment So Ähh Ja Greed Schon wieder Wirklich Nicht mal Super Greed Oder irgend so'n Scheiß Nur Greed Soviel dazu Okay Soviel dazu Eingeal Ähh Schauen wir uns hier noch fertig um Herz weg 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 Herz Ja genau Au Was haben wir hier? Emperor Will ich nicht wirklich Was ist hier drin? Naja Oh Das wird glaube ich noch nicht wert Aber nein Geld Okay Wir machen's so Ähh Durchspreche in die Luft Wir machen's so Erstmal Ist auch in Ordnung Ich würd eh nur auf ein Herz runter Ich bräuchte auch nicht vorhanden Ähh Ja ich könnte mir noch Geld holen Aber So zu ehrlich gesagt Das war schließlich der letzte Shop Und da war der böse böse Greed drin Oh Oh Nicht das Herz aufnehmen Okay Du willst mir keine Bomben geben Das sehe ich schon Okay Ähh Gib mir den noch So Ähh Ähh Machen wir fertig Da ist zum Beispiel Mit der Bombe Und Die werde ich gleich benutzen Kiste Ähh Ich bin der Trollbombe Schön Temperance Hab ich ein Herz aufgesammelt? Wo hab ich hier ein Herz aufgesammelt? Egal Temperance Bluebug Take Ja Kummer Ja Ich bin der Die bis Es geht Es geht Die Die Jetzt aufhören nur so dämigen Schaden zu nehmen, dann werden wir hier fahren raus. Der tickt mich wirklich. Ehrlich gesagt. So. Dann lasse ich mich halt wieder. Wisst ihr was, dann kann ich die Herzen auch hier auch aufbauen. Block. So. Gib mir mal einen Nagel. Welche Kante will ich denn dann? Die hier, ne? Das heißt, wir machen erstmal hier. Hi. Und hier, ach Gott. Na genau, stellt euch nur so auf, das ist schön. So kann ich euch schön erwischen. So. Pillen. Da ich jetzt schon drin bin, gib mir meine zwei Herzen wieder. Mein Peep. Ja, ist in Ordnung Peep. Ist in Ordnung. Ist ja in Ordnung, Krieg. Ist ja in Ordnung. Bye. So, was haben wir hier? Range Down. Ist mir eigentlich egal. Health Down. Ist mir nicht egal. Black Ass und Bombser Key. Gib mir die Bombser Key Pille. Das war es nicht wert. Das war es nicht wert. Nein. Nein, 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 nein. Ich hasse diese Bomben. Ich hasse diesen Bombentypen in der Mitte. Der ist so hässlich. Was ist das? Child's Heart. Nein. Gib mir mein Liberty Cap. So. Okay, das ist es wiederum einfach. Mein Nagel ist perfekt für den Bosskampf fertig. Mach nicht so viel Schaden, wie ich denke. Das war's nicht wert. Wie ich denke. Ich sage. Wie ich sage. Es ist ein XL-Fluor. Es ist dieser komische Fehler. Oh nein, es ist ein XL-Fluor. Okay. Ich sehe die Karte, ich sehe eigentlich alles. Dann... Neh, mich trotzdem übermorgen. Nein. Schnellstmöglich zum Boss, schätze ich. Easy. 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 Könnte echt knapp werden. Okay. Meep-Boy, friss. Friss irgendwas. Irgendwen. Meep-Boy, ernsthaft. Oh Gott. Ich werde hier sterben. Das ist eine traurige, traurige Realisation. Soll ich eigentlich ein... Aha, ein halbes Herz. Okay. Oh, ja, ja. Ihr könnt ja fliegen. Scheiße. Ein Treffer und ich bin tot. Okay, das geht. Ja, ich lasse Meep-Boy, den... ...Groß der David machen hier. Ich will nicht sterben. Okay. Okay. Jetzt kann ich hier mal ein bisschen abholen. Okay, mein Nagel ist fertig. Ähm... ...backass. Okay. Teratoma. Hab ich? Ich hab. Ich hab Steine, wo ich mich verstecke. Ich kann... Ja, jetzt kann ich mich natürlich nicht mehr verstecken. Das ist ja... Okay. Eins nach dem anderen. Die verordnen sich in Spinnen. Richtig. Das hatten wir nämlich nicht. Diesen bösen, bösen Eckgeber. Aber es sollte doch eigentlich gehen. Okay. Ah, danke. Das ist von jedem Scheiß. Nochmal Bad Gass. Wirklich? Was hab ich hier? Temperance. Bluepunk. 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 Für ein Herz. Die Frage ist... Mach ich jetzt noch fünf Räume? Ja, wenn sie weiter solche Räume machen, dann schon. Okay, das sollte auch gehen. Oh, es lag. Es lag. Wartet. So, da sind wir wieder. Gut, dass ich hier einfach chillen kann in der Ecke. So. Ich. Okay. Ist das in Ordnung? Das ist schnell, aber ich kann mich verstecken. Schön. Schon wieder back ist. Hast du das? Speed up. Nee, speed up nicht. Okay, ein Raum noch. Das sollte gehen. Okay. Okay. Ja, es geht. Okay. Nagel ist aufgeladen. Ja, den brauche ich auf jeden Fall für Moms Herz. Den brauche ich auf jeden Fall. Okay. Er guckt mir halt die Bad-Gas-Pille. Okay, gegen Moms Herz. Oder eben den, Blubbel hier. Hier, hast du da. Okay. Das sollte funktionieren. Wie gesagt, ich mache nicht so viel Schaden, wie ich gerne würde. Aber das meiste, was Mami mir hier entgegenwirft, sollte eigentlich so machen sein. Der Duke sollte nicht sehr lange dauern. Chubby hier auch nicht. Okay. Sollte gleich vorbei sein. Komm, 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 komm. Ja, danke. Muss ich Satan besiegen? Nein. Muss ich in dieser Challenge wirklich Satan besiegen? Wirklich? Okay, ich sehe wenigstens, wo er ist. Doppel-Greed. Au. Au, scheiße. Au, Gott. Hör auf mit dem dummen Schaden. Mach Greed fertig. Mach Greed fertig. Mach... Fick dich! Ich weigere mich, gegen Greed zu sterben. Scheiße, auf die Münzen. Okay, das geht. Lass den Herz fallen, ne? Lass irgendeiner von euch bitte ein Herz fallen. Ich hätte einen One-Up genommen. Okay, der muss weg, ja. Der muss defini- Ja, fuck! 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 Das nächste Mal. Okay, ich bin deprimiert. Ich musste wirklich Satan besiegen. Scheiße. Äh, darauf habe ich nicht geplant. Okay. Naja, egal. Ähm, ich muss sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich bin deine Metal Force. Bis zum nächsten Mal. Ciao!